moin leute was geht mein name ist youtube gamescom auf der sony playstation 4 und herzlich willkommen wieder zu gta 5 online ja meine real life session ist vorbei die habe ich einige zeit lang gemacht und ja jetzt mal ein bisschen gta habe ich gedacht und ja hier ist mein treues misstlied thx freak moin moin wie geht's dir alles klar was hältst du von montana black 88 thx freak also ich muss wirklich sorgen also diesen ex junkie jude ist nichts für mich also schon oder junge zocker an wenn ich mal ehrlich bin echt krass vielen dank also ist nicht ehre hier meine fresse und was hältst du von agenten und sieben wo vor der ist echt cool korrekter man korrekter typ ja alles klar super das freut mich ach du scheiße der schießt digga der schießt okay ich habe eben visier jawohl abgeknallt digga abgeknallt richtig fett youtube gamescom warte mal ein raub was für ein raub welchen raub denn so ihr seht ich mache hier nur chaos alter und wir nähern uns immer mehr den 3000 abonnenten yes danke dafür noch mal am rande und meine hater sie können mich mal am arsch lecken ehrlich was machst du digga was knallt er mich ab der hund ehrenloses mist stück schauen wir was hier drauf stetiger youtube games kommen ein bisschen mehr ehre du gott jetzt kommt er hier ein bisschen mehr ehre so polizei vorgeschickt jetzt passt mal auf und ich zeige ich wollte ich kann zeigen wie das funktioniert und es muss mich dieser blöde brain also typisch wain typisch wain wain interessiert interessiert mich nicht wain so ein mist stück alter ehrlich so das bin ich ein bisschen besser ausgestattet hier habe ich nämlich eine mp oder mg genannt ich weiß noch vor vielen jahren hat mir mal einer geschrieben da habe ich ein youtube video gemacht und da hat habe ich mg geschrieben also ein m und ein großes g und hat gesagt nein das ist falsch geschrieben man schreibt mp ja ich habe halt das englische genommen machine gun hast du dein problem damit hast du dein problem damit kommen her digga komm 1 1 call of duty ab ps4 nur sniper starte mal ein raub ich hasse ich hasse warum kann ich keine nachrichten schicken digga ist auch egal meine ps4 sowieso am arsch jetzt steigt mal aus ich kann nicht mal nachrichten verschicken wir sollten das jetzt ne raub magie überhaupt nicht online so wie noch mal hier das ist oma alter nix gegen dich oma digga ich habe nichts gegen leute aus muslimischen ländern war aber oma was du da machst ist respektlos und ehrenlos das macht ein muslim nicht okay oma verstehst du das eigentlich um was ich was ich dir sagen will dass du dann machst ist 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 zünde ehrlich alter oma tut mir leid aber wir machen jetzt wir machen jetzt einen anschlag auf oma so das hat er nämlich verdient hier komm herr oma komm herr oma er hat mich nicht gekriegt oma 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 ich bin ready bitch so also oma ist oben und jetzt muss ich nur noch meine maschinenpistole auspacken du bist ein ehrenloser moslem ehrlich du kommst nicht ins paradies das schwöre ich dir digga und als rache knall ich diese frau ab hier das hast du verübt oma das ist deine schuld oma guck dir die rache anhalte da fach alter du hunde du hundes sohn du sohn eines hundes fach was war das denn fach nigger ja 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 ich hab mir abgeknallt das war ja mal der mega geilste kill den es überhaupt gibt sowas geiles habe ich noch nicht gesehen und da ist ein riesiges flugzeug abgeschützt habe ich zumindest kurz gerade eben gesehen aber das ist jetzt schon wieder weggespawn das ist schade auf jeden fall war dann flugzeit gaming king alter der muschi was sollten das alle gegen youtube games kommen also alle gegen youtube ich verstehe das nicht ich bin doch total der nette youtuber ich mache nichts gut ich bin so gut wie nie online aber dafür kann ich doch nix egal leute haut auf jeden verein und bis zum nächsten mal heute kommt auf der playstation 4 und jetzt machen wir ein base charm nach unten das müsste man eigentlich schaffen ja fach ich habe es nicht geschafft aber es egal youtube games kommt und sagt tschau ja 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 ja